Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Season 2 mit Leo und Hendrik. Moin. 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 So, Leo wollte was erzählen. Ich renne zu Hendrik. Los geht's. Okay. Ja, dann hau raus. Ja, das war's. Okay. Also gestern, was ich erzählen wollte. Gestern war ja Diablo-Abend und es war einfach so, wo ist mein Boot jetzt schon wieder hin? Hendrik, ich hab dein Boot nicht. Hendrik, warum hast du's? Ich hab dein Boot nicht. Ach nicht? Mensch, ey, Junge, Junge. Warte, bist du grad bei dir? Ich weiß nur, als das letzte Mal da war, war noch irgendwo eins im Wasser. Ja, genau, aber ich seh's nicht. Das müsste glaube ich auf der linken Hälfte der Mauer sein. Ah, ich seh's. Da ist es doch. Okay, und da war, dachte ich so, ne, Season fängt um 18 Uhr an. Max, dachten das halt alle, dachten was. Ja, aber es hat dann schon um 17 Uhr angefangen. Dann ruft Lukas an und sagt so, ja, Digga, 17 Uhr, ne? Und ich so, ja, Digga, ich bin doch gar nicht fertig, weil ich war noch bei Max Boxen hören, ne? Hey, Hendrik, da bist du. Führ mich mal hin. Ich bin jetzt da. Du brauchst ein Boot. Hab ich. Hä, wo wir zu wen hinführen? Fahre einfach vor. Zu dir. Nicht zu mir. Warum nicht? Ich muss das führen. Ja, dann komm. Du bist lizenzierter Tourguide, das geht auch. Ne, warte, ich will erst bei Hendrik selbst hingucken, weil da war ich auch noch nicht hier drin. So, und dann haben wir einfach locker bis 1 Uhr durchgezockt und Max noch viel länger. Einfach so ohne Pause, Mann. Also das hier ist der Hafen. Ja. Fast gegeneinander gefahren. Ja, hier ist der Personenausstieg. Hier kannst du, wenn du mal willst, Fracht abliefern. Das ist ein Vollautomaten. Neu, das ist ja neu. Ja, ich bin AIDA und so, ne, ist easy. Steht da? Fracht Kai. Alles klar. Und das ist ein halbautomatisches System. Du kannst das einfach reinpacken und es wird gleich bis in die Lore durchverladen. Was hast du gesagt? Hast du das gebaut, Hendrik, hier? Das? Ja, das habe ich gebaut. Aber kann ja kein echter Mensch andocken, ne? Das ist auch was anderes. Also das wird noch wachsen. Okay, warte, wir müssen kurz mal mit unseren Booten zu dir reinfahren. Da war ich gerade schon. Und hast du jetzt einen Kontrollraum? Das da drüber? Das ist das, äh, das ist das Einreisebüro. Alles klar. Alle machen ihre Schiffe kaputt. Ja, hier, mitkommen. Alter! Das ist wie in Kolumbien irgendwo. Einreisebüro. Nein, diese Theke. Kohle, Kohle, Kohle. Hier, und dann, weiter, komm mit. Leo, hierher. Ups. Ja, ich habe hier mehrere Gänge. Heute wird gepunscht. Und? Komm mit. Wo komm mit? Die Treppe hoch. Voll blöd gerade wieder. Aha, da hast du endlich noch was raus. Siehste? Alles geplant. Mehr oder weniger. Das ist natürlich geplant. Also mehr nach Zufall gebaut, aber naja. Ich mache jetzt gleich einen Bahnhof übrigens, wenn wir alles hier besichtigt haben. Das ist ja schon alt. Ja, das geht. Mehr oder weniger alt. Ah, okay. Also je nachdem, was du als alt ansiehst. Also ich kenne es soweit. Wo ist mein Schiff hin? Oh. Super, ich habe wieder kein Holz. Also hoch. Und was kommt jetzt hier hin? weitergegeben. Wohin? Hier ganz ans Ente? Sieht man das irgendwie, wie das da durchgebracht hat? Weite Bucht. Da. Mal schauen. Hendrik, du brauchst, äh, du musst ein Holz geben. Ja, hole ich. Also ich brauche ein Holz nur. Ach Quatsch, ich habe nur ein Boot. Freunde, der Plan für heute ist, die beiden zeigen mir jetzt irgendwas von Leo, weil er da sowas cooles gebaut hat, was ich selbst noch nicht gesehen habe. Hier den Hafen kann man auch noch nicht. Dann gehen wir zu mir und bauen einen coolen Bahnhof. So, neben das Haus, sag ich mal, so in diesen Wald da ein bisschen rein, Richtung Leo. Moin. Ey, warte, wo willst du es hin bauen? Kann ich dir dann auch zeigen. Aber ich kann... Doch, ich habe da noch Holz. Ah, da ist das Holz. Und forever. Da muss schon wieder rumsingen. Ja. Ja, ihr braucht ja so lange. Ja, ich hole Holz. Mein Berg ist nur ein bisschen größer, da kommt man nicht eben in zwei Minuten durch. Äh, na doch, man kommt gerade... Ja, ja. Man kommt ja nur in zwei Minuten durch. Ey, du hast doch schon ein Boot, Daniel. Hä, nein. Dann war das Hendrixbrot locker. Nein, locker war das nicht meins. Nicht? Ja. Hallo. Alles klar. Ist er doch aufgewacht. Klar. Hast du Hochfügen verabschiedet? Ich habe eben gerade gepennt. Ja. Kannst du zwischendurch aufgestanden sein, wenn du bis jetzt pennst. Es ist 15.30 Uhr oder so. Alter! 16 Uhr, aber ist alles okay, ne? Was denn? Ich spendiere dir eins, wo bist du denn? Daniel! Warte, was denn? Du brauchst ja auch ein Boot zu geben. Hier. Warum hat er denn alle und sag dann nicht Bescheid? Daniel, ich bin um sieben ins Bett. Ich habe nur eins. Du bist um sieben ins Bett. Ja, ich bin zu den Leuten nach Hochfügen. Ja, sag ich doch gerade. Ja, hab die verabschiedet und bin dann wieder nach Hause und hab dann geschlafen. Bis eben gerade. Oh, Hendrik! Na, Alter! Atlantis. Wie viele Seiten hast du? Zu gut. Zwei. Einhalb. Dann stirbst du jetzt. Nein! Wieso? Ich habe dich doch gar nicht absichtlich gerammt. Ey, was werde ich denn jetzt geschlagen? Jetzt müsst ihr schwimmen, jetzt habt ihr Pech gehabt. Hendrik! Na ja, wie man es nimmt, ne? Hahahaha! Nein! Nein, nein! Nein! Ich hätte es was geschafft. Jonah randaliert wieder rum, oder was? Ja. Die Art of Eich meint damals. Die respektiert meine African-Bahn halt nicht. Auf einmal baut sich da so ein Gebäude auf, Alter. Ich dachte, du hast dein Grundstück. Oh, jetzt habe ich ein Boot. Ich habe ein Boot. Ich geh keine, Anna... Anna... informalist im Boot. Also das ist ja ein paar Rohstoffe. Ah, Mann, boah, schau. Beleo wie damals Adolf Eichmann. Ach, genau, der. Als Moss hat ihn da wieder zurückgeholt, hat er aus dem Urlaub. Mein Mann, was du hier für eine Einreisestelle gemacht hast. Ich hab ein Brot. Die Liga, alle, alle, siehst du zum Brot. Ja, er nimmt wieder den falschen Weg, der Lappen, nur weil er kein Boot hat. Ja, warum wohl? Du hast ja zwei zerstört und eins hab ich dir noch gegeben. Okay. Warte, oder was, wie lange nehmt ihr gerade schon auf? Acht Minuten. Ach so, frisch, hallo und herzlich willkommen frisch zur Aufnahme. Also wieder eine Folge vorbei bei Daniel, locker, aber kein Ding. Naja, 12, 13 Minuten, geht schon fit. Hedrick, welche Himmelsrichtung ist das hier von dir gesehen? Süden. Boah, Mann, was ist das? Darunter ist Süden. Ach so, du, aber wir laufen gerade in Richtung, äh, Osten. Ja, okay. Oh, das ist aber ganz schlecht, ne? Nach Osten laufen würde ich nie. Ah, ja, da kannst du ja richtig sehr gut die Mario-Mucke nachmachen. Wie bist du denn jetzt reingekommen? Yo. Ey, da ist doch die Tür. Wo? Ja? Ja, hier. Lol. Ach so, ist Erde vorgebaut, oder was? Nein. Ja, ist gar keine Töne. Also, sag ich doch. Hey, 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 hey. Da, 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 da. Oh, die Banner? Das ist doch bestimmt von meiner Wolle, oder? Nein. Bist doch nicht mal graue Schafe. So, ich verabschiede mich erstmal. Ich komme nachher nochmal vorbei, ne? Jo. Jo. Oh, buddy hat deinen Kanal verlassen. Ja, weg, Alter. Oh, es geht auch nach unten. Ich glaube, ich muss das mal brandmarken. Ich bringe ihn direkt um. Aber wir folgen ihm. Folgen ihm. Oh, das hier oben ist nicht schlecht gebaut. Du kannst hier gar nicht raus. So absichtlich. Ist halt nach deutschen Sicherheitsvorkehrungen gebaut. Jack hat noch ein bisschen was zu tun. Das sieht ja schon mal ganz nice aus. Oh doch, hier kommt man raus. Und jetzt muss ich wieder... Ne, ich laufe... Oh, ich laufe zurück gleich. Alter, wie tief man fällt. Stille Wasser sind tief, nicht? Ja. Aber das hat mehrere Etagen da oben. So, ich wette, ich finde auch über den Land das Weg zurück. Äh. Über das Land den Weg zurück. Habe ich gerade den Mohamed gemacht. Tja. Eher so, das nennt man den Aileen machen. Kriberkowski. Weg, is er. Ach komm, ich mach jetzt ein bisschen Level-Farm hier. Zack, gebratenes Hammelfleisch. Du, ne, ich sitz so mit mir die ganzen Gehörnchen. Und da, 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 da. Oh, hier. Clash of Clans. Wasen. Der ging hier gerade ab. Einfach grob. Ich ging viel. Ich schieße die Beine... Ja. Ich ging die ganzen Skeletons. Ich hab da eben Enderman getötet, der hat mir 4 Enderpellen gegeben, ein einziger.